Hallo, oh, warte mal. Ich weiß nicht, wer zuerst ist. Ich mach hier einfach mal. Hallo und so, und schön, dass du dabei bist. Wir spielen eine Runde Minecraft Bad Wars mit Orange Terminator. Genau, den hab ich gerade in der Lobby getroffen und dachte mir so, why not? Habe ich gerade eben schon mit ne Runde mit ihm. Er war zwar sehr defensiv, aber ich bin da eigentlich sehr froh drüber, dass ich einen Defensiven im Team hab, weil ich bin ja nicht der Defensiven im Team, deshalb muss es einen geben. Das fällt hier unter. So, warum hab ich mir eigentlich diese Spitzhacke gekauft? Keine Ahnung. So, und, tja, ich weiß nicht, ob ich einen Titel geschrieben hab, vielleicht passiert noch irgendwas unglaublich Dummes und ich schreib das in den Titel. Ähm, war nicht so hoch? Ja, okay, dann war ich wieder, ich werd den Willi abbauen, weil das kann ich nicht gebrauchen. Ähm, äh, gleich ist zu spät, das hab ich nämlich jetzt schon gemacht. So, und zwar ist etwas ein bisschen blöd, und zwar, also erstens mein Zeitplan natürlich, denn, äh, man merkt vielleicht, dass gerade jetzt nicht so aktiv alles läuft auf diesem Kanal. Ähm, tja, äh, die Sache ist halt erstens halt mein Zeitplan, der funktioniert nicht mehr so gut mit YouTube, aber das passt erst mal. Ich mein, keine Ahnung, ist halt eure Sache, beziehungsweise halt, ich kann halt nur jeden dritten Tag, ähm, maximal eigentlich gerade ein Video hochladen, aber, wie auch immer, ich muss halt erst mal mein Privatkram erledigen. So, und die zweite Sache ist, dass YouTube sich dachte, äh, wir machen doch mal, ähm, den iPhone und iPad-Nutzern ein. Richtig schön strich durch die Rechnung, indem wir unsere App für iPhone-iPad, sprich iOS-Geräte, einfach mal wieder downgraden. Und warum denn nicht? Ich mein, kann man ja mal machen, ich mein, äh, das mach ich ja eh jeden Tag 50 Mal am Minute. Oh, geil, hat mich nicht bemerkt. Wo kommt der denn jetzt her? Kann ich da bitte mal Blöcke hinsetzen? Danke. Okay, er baut nicht das ab. Ähm, tja, und zwar unterstützt YouTube jetzt das Mobil nur noch 30 FPS, was nicht so geil ist. Ich hab nämlich, ähm, Apple-Geräte, mir, weil ich ein Apple-Fan bin, äh, das ist ja mal diese Debatte zwischen Android und Apple. Ich find Apple halt besser, einfacher zu bedienen. Wie auch immer, das ist ja nicht das Thema, sondern, das Thema ist, dass YouTube halt nur noch 30 FPS auf Apple-Geräten und sowas unterstützt. Und das ist ziemlich scheiße, denn, äh, ich bringe 60 FPS und ich bezweifle jetzt, dass, warum hat er das wieder abgebaut? Und ich bezweifle jetzt, dass, ähm, so wenige Leute jetzt auf Apple mich gerade schauen. Ja, das ist halt verdammt ärgerlich. Und jetzt werde ich hier oben wahrscheinlich eine Abstimmung machen, wenn ich's nicht vergesse. Ähm, wo ihr dann, also wahrscheinlich zwei Abstimmungen. Erstens, äh, ob ihr jetzt gerade auf einem iOS-Gerät schaut. Und zweitens, ob ihr euch auch 30 FPS angucken würdet, wenn ihr ein Android-Nutzer seid. Komm, Teamkill! Easy! Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut läuft. Ich hab schon saulang kein richtiges Bettwas mehr gespielt. Oh, fuck. Da sollte der Block nicht hin. Wohin geh ich? Bin ich gehelfen? Nein! Warum? Und er hat mir irgendwie nicht zugehört. Ich hoffe, er hat das Bett eingebaut. Ich hoffe, er hat das Bett eingebaut. Ich hoffe, er hat das. Hat das? Nö. Aber ich hab ihn. Boah. So. Naja. Also, ob ihr da Apple, äh, beziehungsweise halt iOS-Nutzer seid. Und, äh, ob ihr euch als Android-Nutzer auch 30 FPS angucken würdet. Oder halt, vielleicht guckt ihr auch am PC. Ich weiß gar nicht. Ich guck nie am PC. Ich find, die Grafik ist einfach zu schlecht. Beziehungsweise halt, die, ähm, Megapixel sind geringer aufgelöst, wenn man's in der... Ne, okay, das war falsch. Egal. Ich bin auch kein... Ja, doch, ich hab Informatik als Haupt, äh, als Wache genommen als Zweites. Ähm, also ich sollte... Egal. Das ist alles kein Thema. Ich verprabbel mich die ganze Zeit hier mit irgendwelchen unwichtigen Sachen. Hallo. Ich komm mal kurz euer Bett abbauen, ne? Ähm, naja. So, und die Sache ist halt, sind nur noch 30 FPS. Okay, der geht nicht zu mir. Und das ist halt kacke. Ich spiele übrigens grad mit dem Textur-Pack tatsächlich. Hab mir das Textur-Pack mal runtergeladen. Genau, ich hab's mal hochgeladen. Ähm, es sieht einfach ein bisschen besser aus und ist in derselben Pixelung. Ähm, tja. Da wird halt diese Umfrage jetzt aufgeploppt. Uiuiui, ich hätt nicht gedacht, dass du dich heute noch umdrehst. So. Okay. Es läuft überraschend gut. Ich hätt nicht gedacht, dass es so gut läuft. Ich hab grad halt erst diese eine Runde gespielt und seitdem hab ich echt... Ich hab, ähm, ab und zu mal Loll gespielt. Ich hab auch jetzt tatsächlich... Oh. Das könnte's werden. Heilige, wir haben's geschafft! Jetzt hab ich noch kein... Okay, ich sneak mal lieber. Mann! Komm, lass mich da vorbei. Ich hab keine Musik an. Fällt mir grad ein. Wollte ich... Ich hab mir noch vor der... Bevor ich die Aufnahme kurz gestartet hab, hab ich mir noch so einen Gedanken... Nein! Ich wusste's! Ich wusste, das würde so passieren. Und dann gebe ich ihm die Kombo. Ich hab mir mit nem Scheißstick einfach so viel Herzen gezogen. Ach, nein! Dann passiert es auch noch. Alter, so ärgerlich. Naja. Wo war ich? Verdammt! Mann, heute ist... Heute sollte ich nicht so viel reden. Pingplay! Ich mag Pingplaying. Früher hab ich's gehasst, weil ich immer Pingplayer hatte. Oh, Titus. Beziehungsweise... Du kleiner Asiastenbogen. Ähm, naja. Damals war Titus der übelste Pingplayer. Ja, ich werd hier sterben. Es sei denn... Es sei denn... Natürlich, man ist pro. Schreib nochmal vor sie... Boah, ich kann vor sich grad nicht mehr schreiben. Das ist schlimm. Zack, zack. Zwei, drei. Ich hoffe, er deft. Ich hoffe, er deft. Ich hoffe, er deft. Bitte, dev. Dev ist eigentlich mehr... Ähm... League of Legends Sprache fällt mir grad ein. Ich benutze das jetzt einfach so in Minecraft Cut. Das ist eigentlich nicht so schlau. Weil die meisten Spielen, glaub ich, von euch gar nicht League of Legends. Egal. Nicht mein Thema, Mann. Ähm... Verdammt. Äh, ich werd mir noch ne... Brustplatte hoch 20 gönnen. Und ne Schwert hoch 20. Und ne Schwitzsack hoch. Und nein Million. So. Äh, dann gehen wir schnell zurück. Verdammt. Ich mag das Prinzip aber trotzdem mehr. Dev. Please, dev. Er muss deffen. Er muss einfach deffen. Pussy. Äh. Verdammt, ey. Holy. Zum Glück hab ich nen Heelpot dabei. Äh. Wo ist der? Ich hätt mir so grad von grad nen Fallschirm holen sollen. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Nein, warum hab ich mir denn mit dir grad keinen Fallschirm geholt? Ich doofe Bitch, ey. Boah. Das ist so ärgerlich. Warum hab ich mir doch keinen Fallschirm geholt? Ähm... Geilo! Geilo! Meine Hämorrhoiden! Boah. Wer das nicht mehr kennt, ist von Knusperttoast. Ey, heute ist nicht mein Tag. Im Schreiben. Ich kann das einfach grad nicht. Easy Hit. Noch ein Hit. Noch ein Hit. Scheiße. Scheiße. Ich hör... Das ist auch richtig lustig. Durch Lead of Legends drück ich jetzt die ganze Zeit Enter, um zu schreiben. Ich hab auch ne richtig coole Konstruktion gebaut für meine Tastatur. Vielleicht ein bisschen ein paar. Also haben es ein paar bei der letzten Jump League Runde oder so mal gehört. Ähm, meine Tastatur ist sehr laut. Und ich hab mir jetzt so ne richtig komische... Also ich hab mir ein Tempo zurechtgeschnitten. Das ist an sich keine Konstruktion direkt, sondern... Tja. Halt ein Tem... Uiuiui. Ja, das wird... Ja, das wird... Das wird ein Lost. Oh, scheiße. Naja. Doch nicht hier. Das ist doch einer der häufigsten benützten Wege. Boah. Okay. Aber... Ja, das wird vielleicht ganz klug. Ich bräuchte ein... Ich hab ja nur einen Einserbogen. Aber er, glaub ich, auch. Boah, so ne Pussy. Die haben so ein krasses Equipment wahrscheinlich. Boah. Ich will gar nicht daran denken, was... Was das gleich... Für ein Drama wird, die da wegzuholen. Waste too much Blöcke. Oh, Alter. Fast hätte ich meinen Pfeil mitgenommen. Das wäre so ne Scheiße gewesen. Ey, was seid ihr denn für Pussis? Was haben die für ein Anti-Pussy-Tass geraucht? WTF? Die machen nur Fernkampf, die Spastis. Was ist das denn? Oh, stimmt. Ich hoffe, das war unser... Mate. Ja, ich glaub. Ich glaub, der wurde einfach nur abgeschossen. Der hat einen Schuss in die Fresse bekommen. Ah, das ist aber da schön lange hier durch. Falls... Also, ich... Ich hoffe mal. Die machen... Eine Split-Taktik. Und... Einer geht unten, einer geht oben lang. Dann braucht der unten nämlich zu lange. Die Gina ist fail. Ähm... Och, was... Was habt ihr für ein Anti-Pussy-Tass geraucht? Ganz ehrlich. Was habt ihr für ein Anti-Pussy-Tass bitte geraucht? Ah, ey. Das nervt. Nein! Was war das denn für ein Leck? Dann treffen sie nicht mal jemanden, der sich einfach nur hochbaut. Das war irgendwie ein Nachteil für uns, dass ich den Block gesetzt hab. Weil das war irgendwie klar, dass ich sterbe. Aber hauptsache noch ein Block gesetzt, eine Skill bewiesen. Ich mein, ist ja das einzige, was zählt. Ey, das sind ja solche Pussys. Okay. Jetzt hätte ich echt gern Blöcke dabei. Oh, da ich sterbe einfach wieder. Kann man natürlich auch machen. Ich mein, ähm... Macht halt schon Spaß, manchmal zu sterben. Mann, was sind das denn für Pussys? Die kommen hier gleich mit allem an, was man haben kann. Und machen uns halt fertig. Super. Warum denn nicht vorher? Warum lasse ich euch jetzt nochmal dafür extra Zeit? Ich hab nicht genug Bronze. Stimmt, der kostet hier ja nicht acht. Stimmt auffallend, lieber Shop-Mitarbeiter. Ist der gestorben, oder warum hat der kein Equipment? Der eine, doch, die haben, die haben beide Equipment. Ey, die haben aber echt viel Antipositas geraucht. Wenn man solche Pussys sein... Fuckt mich nicht ab. Ich möchte hier eine spaßige Runde haben. Ich schreib's dir mal. Das ist doch so langweilig. Ja, Gehl. Ja, okay, ich hab mich auch grad mehr Spaß verschrieben, von daher. Fuckt mich nicht ab! Und jetzt... Warum hält es mein verkackter Nachbar jetzt für nötig zu sägen? Sägen! Der wollte sein Schuppendach reparieren, beziehungsweise halt verbessern, aufbessern, was weiß ich. Weil das so ein bisschen modrig war. Und es fällt ihm jetzt ein, genau in diesen 16 Minuten, die wir jetzt aufgenommen haben, dass er, ähm, ja in diesen 16 Minuten anfangen könnte zu sägen. Geilo! Geilo! Deine Hämorrhoiden! Die schaffen's nicht. Von wo wurde ich denn jetzt getroffen? Alter, meine Stimme geht schon wieder so richtig schön hoch, ne? Und daran merkt man wirklich, dass es mich abfuckt. Und zwar aufs Übelste. Ich brauche einen Knockback-Stick, ich mach mir schon mal welche fertig, ganz ehrlich. Warum? Warum musst du denn jetzt sägen? Das hört sich nicht mal an wie eine Säge. Was ist das? Lässt er seinen Kanal auspumpen, oder was? Weil er zu viel reingeschissen hat. Was macht er? Halb vier und er hat nichts besseres zu tun, als seinen Kanal auspumpen zu lassen. Mann! Nein, jetzt haben die Dreierbügel. Fuckt mich nicht ab, ihr kleinen Drecksäcke. Sohn von meinem Nachbarn. Geilo! 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 Warum bist du runtergegangen? Nein, ich... Warum bist du runtergegangen? Warum? Warum nur? Mann! Ja, ich vergesse jedes Mal das A. Super, braucht ihr mir jetzt auch nicht mehr schreiben. Das ist so stupid. Die haben schon das Beste von... Ich bereue es so, dass ich mir keinen falschen vorhin gekauft habe. Hauptsache er steht da und mein Mate juckt das nicht. Wehe, du machst jetzt diese Fickbogen-Taktik. Die meisten. Ja, mein Mate wird auch... Wer macht das? Er macht das! Ey, das ist nicht wahr! Ihr habt so viel Antipositas geraucht. Ihr habt so viel Antipositas geraucht, ihr kleinen Missitz. Schafft ihr nicht, schafft ihr nicht. Mein Mate ist weg. Das ist ein Bild, trotz sieht es aber auch nicht aufhörten. ÜberJack liefert jetzt. Wow. Danke. 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 Ich spiele die zweite Runde seit zwei Wochen. Wirklich. Wirklich. War das nötig? War das nötig? Ich habe nicht mitgezählt. Nein. Oder vielleicht will er... Ich bin jetzt mal gespannt, was der Spastik schreibt, ganz ehrlich. Das ist alles jetzt noch auf Band. Wer ist iPhone? Der war doch gar nicht in der Runde gerade eben, oder? Ne, der hieß The Viper und Mark. Wie ist das? Wer ist iPhone? Kenn ich nicht. Ablehnen. Was will der... Das habe ich gern. Jungs. Schreibt. Ne, habe ich ja mal Abstimmung gemacht. Egal. Okay, mein Mate ist auch weg. Äh. 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 Ja. 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 Genau. Genau. Macht einfach bitte bei der Abstimmung mit. Das würde mir helfen. Um, ähm, euch halt die Qualität... Danke. Um euch die Qualität für euch verbessern, halt. Damit für euch die Qualität stimmt. Das ist ja wichtig. Und. Äh. Äh. Also gebt ihr auf jeden Fall einen Daumen hoch für diese tollen Geg... Nein, ich brauche keine Daumen hoch. Ich verstehe auch nicht, warum so viele YouTubers das machen. Bewertet einfach ehrlich. Wie euch das Video gefallen hat. Bitte auch bei größeren YouTubern, weil... Was bringt es? Warum labere ich jetzt noch das... Ich spare mir das einfach auf für ein anderes Video. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Weil das möchte ich erreichen. Hier in diesem... Kanal. Und... Ja. Keine Musik und so, weil ich doof bin und... Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.